Ich gehe jetzt zum Arzt, ich gehe jetzt in die Kinderwünschklinik und die sagen mir, warum ich nicht schwanger werde. Grundsätzlich finde ich das eine gute Idee, das Warum herausfinden zu wollen. Die Frage nach der Ursache ist eine Frage, die ich absolut unterstützen kann. Allerdings frage ich mich auch, was erwartest du, wenn du zum Arzt gehst mit dieser Fragestellung? Wahrscheinlich möchtest du schwarz auf weiß sehen, was die Ursache dafür ist, dass es bisher nicht geklappt hat, dass ihr schon sehr lange auf euer Baby wartet oder warum auch Schwangerschaften nicht halten, dass du eigentlich endlich herausfindest, woran das liegt. In diesem Video gehen wir der Frage auf den Grund, wie wahrscheinlich das denn ist, dass du diese Frage beantwortet bekommst beim Arztbesuch und ich gebe dir auch ein paar Tipps mit an die Hand, wie du dich auf ein Arztgespräch vorbereiten kannst, damit es einfach wahrscheinlicher wird, dass du auch die Antworten bekommst, die du suchst. Ich bin die Melissa, ich bin Kinderwunsch-Coach und ich begleite schon seit ein paar Jahren Frauen und Paare dabei, die schwanger werden wollen und das ist wirklich eine der ersten Sachen, die ich auch in den Coachings höre. Melissa, ich möchte endlich herausfinden, woran es liegt. Ich habe jetzt schon so viel ausprobiert und habe auf schulmedizinischem Weg einfach bisher nicht herausgefunden, woran es liegt und das erhoffe ich mir jetzt einfach so als Zielsetzung, auch einer Zusammenarbeit. Was sind denn so Tipps und Tricks, die man anwenden kann? Spielen wir das Szenario doch mal wirklich ganz konkret durch. Du gehst jetzt also hoch motiviert zum Arzt, hast vielleicht sogar eine Blutwertliste vorbereitet und zwar nicht nur mit Standardwerten, sondern auch mit Werten, von denen du weißt. Das sind wirklich Blutwerte, die mir mehr über meine Fruchtbarkeit aussagen und vor allen Dingen, aus denen ich auch ableiten kann, was ich denn dabei tun kann. Das hast du entweder herausgefunden, indem du ein paar meiner Videos geschaut hast. Hier gibt es schließlich jede Woche Tipps und Tricks zum Thema Fruchtbarkeit und Kinderwunsch oder du bist Teil des Wissen macht Fruchtbar-Programms, weil da lernst du genau das. Auf welche Blutwerte kommt es an und was ist der Unterschied zwischen Normwerten und Zielwerten und Wohlfühlbereichen im Kinderwunsch? Den Link dazu und mehr Infos findest du übrigens unten in der Videobeschreibung. Du hast jetzt also diese Liste und weißt auch ganz genau, ich möchte nicht nur meine Standardwerte haben, sondern ich möchte auch Werte haben, die darüber hinausgehen. Und jetzt sitzt du beim Arzt und du findest dich inmitten einer Diskussion wieder, warum du denn genau diese Werte haben möchtest. Du bist schließlich jung, du bist doch schlank und deine Werte im Blutbild, die waren doch bisher vollkommen in Ordnung, dein TSH gut, deine Werte alle im Normbereich. Und warum wolltest du denn jetzt diese Blutwerte haben? Oder was auch eine Möglichkeit ist, dein Arzt schickt dich zum nächsten Fachgebiet, also dein Gynäkologe zur Kinderwunschlinie, deine Kinderwunschlinie zum Gynäkologen oder zum Endokrinologen oder zum Hausarzt, der dir diese Hormonwerte mal abnehmen lassen soll. Und du bist frustriert, hast dich jetzt schon so gut vorbereitet? Und warum kriegst du diese Werte jetzt einfach nicht oder diese Untersuchung, die du dir wünschst? Bei Fehlgeburten häufig erst nach der dritten Fehlgeburt geht es dann weiter mit Untersuchungen. Und jetzt in dieser ersten Herausforderung möchte ich dir mal ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie du dich auf ein solches Arztgespräch vorbereiten kannst. Da gibt es nämlich ein paar Methoden, die meiner Erfahrung nach wirklich gut funktionieren. So gehe ich da auch immer dran. Und auch die Frauen aus meinem Coaching, deswegen kannst du sie auch gerne mal ausprobieren, wenn du jetzt einen nächsten Arztbesuch planst. Im Kinderwunsch und in der Fruchtbarkeit sind wir häufig auf einem präventiv-medizinischen Bereich unterwegs. Also wir wollen, dass nicht Werte nur gut sind, sondern wir wollen am allerliebsten, dass sie passend sind zum Kinderwunsch, optimal die Fruchtbarkeit unterstützen und natürlich auch schon ein bisschen Puffer garantieren für eine gesunde Schwangerschaft. Weil wir wollen ja nicht nur schwanger werden jetzt erstmal, sondern dann auch schwanger bleiben. Das heißt, wir müssen beide Aspekte mit einbeziehen. Und es ist ja auch so, dass Ärzte sehr, sehr lange studiert haben und ja auch sicherlich viel Erfahrung gesammelt haben in ihrer Studienzeit, aber auch mit der Arbeit mit den Patienten. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es einfach gut ist, den Arzt direkt mit ins Boot zu holen. Wirklich ganz klar zu sagen, ich möchte gerne schwanger werden. Ich möchte aber gerne auf ihre präventiv-medizinische Erfahrung zurückgreifen und eben jetzt nicht nur meine Werte für die Fruchtbarkeit optimieren, sondern eben mich auch wirklich super gut auf eine gesunde Schwangerschaft vorbereiten. Ich schätze Ihre Expertise wirklich. Ich bin zwar auch sehr auf ganzheitlichem Weg unterwegs, schaue auf meine Ernährung, schaue auf meine Nährstoffe, Supplements, Bewegung, habe wirklich einen gesunden Lifestyle. Aber mir ist der medizinische Partner an meiner Seite eben genauso wichtig. Und da freue ich mich über Ihre Unterstützung. Ich habe doch mal direkt eine Blutwertliste mitgebracht. Ich weiß, die gehen so ein bisschen über die Standardwerte hinaus. Bitte werfen Sie doch mal einen Blick drauf und sagen Sie mir mal, welche Sie in Ihrer Verantwortung jetzt hier vielleicht auch auf Kasse abnehmen lassen können in Ihrer Praxis. Dann wird er sich das vielleicht auch anschauen. Der fühlt sich dann ja auch gleich ernst genommen. Also klar weiß man das auch zu schätzen, was er da alles für Jahre investiert hat, um Medizin zu studieren. Du weißt, Ärzte sind halt häufig Experten für Krankheit und nicht für Gesundheit. Und da wir eben mit diesem präventiv-medizinischen Weg unterwegs sind oder in diesem Kontext unterwegs sind, sehr, sehr ganzheitlich arbeiten wollen und uns ganzheitlich auf eine Schwangerschaft vorbereiten wollen, gibt es da vielleicht auch noch ein paar Sachen darüber hinaus, die dir ganz besonders wichtig sind. Und so fühlt er sich aber abgeholt in der Expertise, die er hat oder sie. Und du kannst dann direkt mehr auf Augenhöhe, habe ich immer das Gefühl, dann auch mit dem Arzt sprechen. Und wenn er dir dann gesagt hat, hier die Schilddrüsenwerte, die können wir abnehmen lassen. Das geht. Aber die anderen Werte, da sehe ich jetzt nicht so eine große Relevanz. Und dann sagst du, naja, ich möchte die trotzdem haben. Ich möchte die gerne wissen. Ich bin auch bereit, die privat zu bezahlen. Das ist natürlich noch mal eine Möglichkeit. Und dann muss er das, da kann er das ja auch mitmachen. Wenn du dann eh zum Blutabnehmen kommst, dann kannst du eben die privat bezahlten Blutwerte gleich mit abnehmen lassen. Und du überleg dir am besten vorher schon, was sind wirklich Must-Have-Blutwerte, die du wirklich haben willst, sowas wie Schilddrüsenwerte und die freien Werte, die du brauchst. Was sind aber vielleicht auch Werte, die du jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zwingend brauchst, die nice to have sind, irgendwie optional, die du vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt noch nehmen lassen kannst. Wenn du jetzt sagst, ah, wenn ich das jetzt im gesamten Paket abnehmen lasse, ist mir das vielleicht zu teuer. Aber das mache ich dann zu einem späteren Zeitpunkt, irgendwie im nächsten Monat und investiere dann noch mal in diese Werte, um dann wirklich auch mal einen Schritt weiter zu kommen. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wo kannst du dir diese Blutwerte denn abnehmen lassen oder auch Untersuchungen machen, die so ein bisschen über den Tellerrand hinausgehen. Ich denke da so an Nebenniere, Darmgesundheit, spielt alles eine Rolle, ist meistens in der Schulmedizin jetzt nicht ganz oben angesiedelt bei den Hot Topics, sondern ist meistens eher bei ganzheitlich Arbeiten in der Fall. Aber wo kriegst du denn jetzt diese Werte her? Du hast natürlich die klassischen Wege, Gynäkologe, Gynäkologin, Hausarzt, Kinderwunschklinik, es geht aber auch Endokrinologe, kannst du gleich einen Ultraschall der Schilddrüse mitmachen, ist auch noch mal sehr aufschlussreich, muss aber mit ausreichend Wartezeit, oder muss die Wartezeit einplanen, weil man da echt lange bei Fachärzten ja auf einen Termin wartet. Du kannst auch zum Heilpraktiker gehen, die sind ja wirklich sehr ganzheitlich unterwegs, guck da einfach, wer da am besten zu dir passt. Und es gibt auch Laborärzte als sechste Option, das finde ich auch noch mal sehr gut. Dann nimmst du einfach deine Blutwerteliste mit, gehst hin und legst sie da auf den Tisch und der nimmt dir dann die Werte ab. Die musst du dann allerdings wirklich komplett selbst bezahlen, aber es ist eine gute Möglichkeit, um diskussionsfrei an Blutwerte zu kommen. Du kriegst allerdings keine Auswertung dann dazu in den meisten Fällen. Also der Arzt, dieser Laborarzt, der wird dir dann kein Feedback geben zu deinen Blutwerten, wie die denn ausfallen, insbesondere nicht in Bezug auf das Thema Kinderwunsch und Fruchtbarkeit. Kommen wir damit auch zur nächsten Herausforderung. Jetzt mal angenommen, du hast diese Tipps alle umgesetzt und dein Arzt war wirklich kooperativ und sagt, na klar, wir nehmen ja die Blutwerte ab, gehen wir mal davon aus. Dann ist das natürlich die nächste Herausforderung, wie kriegst du die jetzt ausgewertet? Also du hast natürlich deine Normbereiche, aber genauso wenig wie der TSH-Normbereich für den Kinderwunsch gut ist, sind es auch viele andere Normbereiche nicht, sondern sind sehr, sehr niedrig zum Beispiel angesetzt und damit fehlt dir einfach dieser Puffer für die Schwangerschaft, den du brauchst. Das ist super schnell aufgebraucht dann, wenn der Bedarf in der Schwangerschaft steigt von zum Beispiel Ferritin, Eisen und deswegen gelten da einfach häufig andere Wohlfühlbereiche oder sind sinnvoller zumindest erfahrungsgemäß. So jetzt brauchst du hier jemanden, der sich die Zeit nimmt, sich wirklich mit dir hinsetzt und die auswertet. Dir sagt, was das bedeutet, dir sagt, worauf das ein Hinweis sein können kann, der dir in deiner Fragestellung, was ist denn jetzt die Ursache, wirklich ursächliche Analyse, der sich dafür die Zeit nimmt. Und jetzt mal angenommen, dass du findest so jemanden und das hat auch geklappt oder dein Arzt macht das, dann ist ja auch die Frage, was kannst du denn jetzt machen? Also überleg mal oder mach dir mal Gedanken, welche Empfehlungen erwartest du von dem? Welche natürlichen und ganzheitlichen Maßnahmen wird er dir sagen, die du direkt umsetzen kannst, die nicht nur auf medizinischem Weg irgendwie mit einer Hormonkeule funktionieren, sondern die auch auf dem ganzheitlichen Weg funktionieren, die du im Alltag umsetzen kannst? Welche Ernährungstipps wird er dir geben? Welche Tipps hat er für dich, um dein ursächliches Problem des hormonellen Ungleichgewichts in den Griff zu kriegen, um endlich schwanger zu werden? Und wie viel Zeit wird er sich nehmen, um den Fortschritt, den du damit machst, zu besprechen? Und auch diese Retests zu machen, die notwendig sind, um einfach nachzuvollziehen, was verändert sich denn? Welche Maßnahmen funktionieren denn für dich? Meiner Erfahrung nach und in meinen Augen ist es so, dass sich Schulmedizin und dieser ganzheitliche Ansatz oder auch dieser vorbeugende Ansatz super ergänzen können. In meinen Augen, wenn man sich jetzt nur auf Schulmedizin verlässt, dann ist das häufig eine recht eingeschränkte Sichtweise, weil du bestehst ja nicht nur aus Zahlen oder Blutwerten. Es gehört ja auch dazu, wie du dich fühlst, wie dein Zyklus ist, was du für Beobachtungen gemacht hast, was aber auch auf deinen Körper individuell wirkt und was du beobachtest, was wirkt und was vielleicht aber auch nicht, was den entscheidenden Unterschied ausmachen kann. Was ich gemacht habe, ist, ich habe mir tatsächlich dann auch einen Privatarzt gesucht. Ja, das ist sicherlich manchmal eine Herausforderung, weil die meisten Ärzte, die wirklich sehr ganzheitlich unterwegs sind, auch mal sich wirklich mehr Zeit nehmen und so hinter die Fassaden blicken. Das sind meistens die Privatärzte, weil ich glaube, mal gehört zu haben, dass die klassischen Ärzte, also Kassenärzte nur acht bis zehn Minuten pro Patient haben, um sich wirklich um dein Anliegen zu kümmern. Ja, so wie wahrscheinlich ist das, dass du dann wirklich ausführlich ein Gespräch führen kannst. Bei Privatärzten ist das anders. Ich finde, es ist auch gar nicht so teuer, wie man jetzt denkt. Vielleicht so die Anamnese schon, so den ganzen Blutwerten, aber danach, die Besprechungen sind ja Fortschrittsbesprechungen. Das kann man sich dann schon mal angucken. Die Herausforderung ist aber eben nur, dass man relativ lange darauf wartet, ein Patient zu werden, weil das natürlich ganz ganz viele auch schon gedacht haben. Ja, ich möchte gerne jemanden, der sich mehr Zeit für mich nimmt und dann da gerne als Patient aufgenommen werden möchte. Und die haben ja auch nur begrenzte Kapazitäten. Aber das wäre zum Beispiel noch mal eine Option, die man in Anspruch nehmen kann. Und ansonsten kannst du auch ganz ganz viel über natürliche Maßnahmen machen. Was du da konkret umsetzen kannst, ist den Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht getan hast. Ich freue mich, wenn du dir hier jede Woche Tipps für deine Fruchtbarkeit abholst. Und was du auch machen kannst, ist Teil des Wissen macht Fruchtbar-Programms zu werden. Da sprechen wir nämlich genau da, sondern es ist eben die individuelle Sichtweise. Es ist wirklich ein flexibler Programmablauf. Und du kannst dir eben Dinge noch mal abholen als Ergänzung für diesen schulmedizinischen Weg, aber auch noch mal, um Hintergründe besser einsortieren zu können oder auch Ergebnisse besser einsortieren zu können, ist das Programm ganz wunderbar. Deswegen freue ich mich, wenn du auch dabei bist und wünsche dir jetzt viel Erfolg für deinen nächsten Arztbesuch. Ich freue mich, wenn du dir Tipps anwenden kannst und wenn sie für dich genauso gut funktionieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut!